Heute schauen wir uns mal das Affenpocken-Virus genauer an. Zuallererst fragen wir uns, was Affenpocken überhaupt sind. Affenpocken sind eine seltene, vermutlich von Magetieren übertragene Viruskrankheit. Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist laut ersten Erkenntnissen selten, aber möglich. Affenpocken werden durch das Orthopox-Virus, und Simiae, auch Monkeypox-Virus, MPXV der Gattung, Orthopox-Virus ausgelöst. Welche Symptome gibt es bei Affenpocken? Bei Affenpocken sind die üblichen Symptome Fieber, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten und Ausschlag nach etwa 5 Tagen. Wie gefährlich sind Affenpocken? Bei den meisten Menschen mit gesundem Immunsystem nimmt das Affenpocken-Virus einen milderen Verlauf als die allgemeinen Pocken. Achtung hierbei doch beim HIV-Virus. Das war unsere kleine Zusammenfassung zum Affenpocken-Virus.